Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und ich begrüße euch zu einem PSN Freunde Special Video. Express ist angesagt, Los Angeles machen wir rein und die M27 und die FHJ18AA nehmen wir mit. Kugelsichere Bestätigkeit, Taktikmaske, Granate und Schockladung x2 und ich begrüße Yanni Boy Apple im Spiel. Nicht nur Yanni Boy Apple ist da, sondern auch ein paar Leute wie z.B. der Frankenstein998. Perfect Leute. So, los geht's. Noch mal Terminal rein, Digga. Au, 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 was war das? Was war das? Gucken, 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 gucken. Da ist nix, oh komisch. Okay Leute, ich muss noch mal durch. Ich fett mein Kabel. Ja mal links hoch, oh. Da ist was, da ist was, da ist was, ich hab's gerissen, Digga. Oh ja, 100 Punkte Leute. Super. So läuft's. Es läuft rund und es steht 6 zu 8, Alter, es ist noch alles offen im Spiel. Warte mal, ich folg dir mal. I follow, I follow. Boah, weg vom Gleis, Digga, weg vom Gleis. Okay, 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 okay. Da vorne ist was, da vorne ist was. Boah, das sind 2 auf einmal, Digga. Boah, wenn ich die krieg, Digga. Boah, die krieg ich. Boah, die sind so hoch. Ja, 100 Punkte wieder. Schon 2 Kills. 2 Kills hab ich schon geklaut. Ja, ich finde ja. Mir gerippt, oh. Nein, Alpha, was hast du gemacht, Alter? Auch Schalldämpfer da drauf, du bist nur bei Wacher. Digga, da ist keine Chance, Digga, wenn da Ding, das Schalldämpfer drauf ist. Ich finde ja auch, ich finde. So, wir versuchen uns einfach mal anders. Da steht jetzt Exit. Oh! Boah, Papa Mia. Mama Mia. Oh, der Pädobär ist auch schon drauf. Süß. Echt süß. So, ich bin schon. Dergschuss. Wann verlieren? Ah, ich seh den nicht, Thomas. Ich seh den nicht. Ich wechsle das Magazin. Alter, guckt euch das an. Die laufen mir alle vor die Flinte, Alter. Die laufen mir alle vor die Flinte. Och, super, Alter. Da kann selbst Buch nur 2012 nichts mal sagen, dass ich jetzt eine schlechte KD hab. Aber ich bin fast ganz oben, Leute. Was läuft heute? Sehr gut. So, Leute. Team formieren. Alle angreifen. So, Messer rein, Granate und ich bin weg. Ciao. Ich lasse euch mal mein Problem alleine. Aber nicht mit mir, Digga. Du lässt mal schön unser Team in Ruhe. So, hat's mich doch wieder erwischt. Och, jetzt bin ich wieder unten. Los geht's, Digga. Los, 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 los. Aua. Hast du mir ein Headshot verpasst, Digga. Super. Ah, ja. Auf jeden Fall sag ich es mal wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom und euer Frankenstein993. Und, jo. 998, meine ich. Und euer Janni Boy Apple. Jo. Ich sag nur ciao. Bis zum nächsten Mal. See you later. Alle Gelder. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.